Hallo Freunde, hier ist wieder Konstantin und im heutigen Video soll es darum gehen, ob man Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben und die jetzt noch in kurdischer Haft in Syrien sind, ob man die zurückholen sollte nach Deutschland, meiner Meinung nach, oder ob man sie vor Ort lassen sollte. Und der Anlass dazu ist, wie ihr vielleicht wisst, war ich selber noch vor ein paar Wochen in Syrien, in den kurdischen Gebieten, wo noch viele, viele ISIS-Terroristen und deren Angehörige in Haft sind. Mit vielen meine ich Tausende. Und darunter sind auch noch ein paar Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft, manche mit Kinder, manche ohne, die dort nach wie vor zum Teil seit vier, fünf Jahren in Haft sind. Und darüber habe ich ein Video gemacht für meinen neuen Kanal bei Funk für Crisis. Und ich kann euch nur sagen, schaut mal rüber, schaut euch an, was ich da erlebt habe. Habe ich nicht gedacht, dass ich solche Eindrücke da mitbekomme. Was für Leute ich da getroffen habe, Frauen, die eben beim IS waren und die mir völlig offen erzählen, wie es ihnen jetzt heute geht, wie es in diesem Camp ist, wo sie seit fünf Jahren sind, wie sie angefeindet werden, wie sie ausgegrenzt werden, weil sie sich in den Augen der Frauen, die noch dort sind, vom Islam abgewandt haben. Wie gesagt, sowas habe ich noch nicht erlebt wie da. Schaut unbedingt mal rein bei Crisis hier auch auf YouTube. Der Link wird hier unten eingeblendet. Und dieses Video oder diese Erfahrung, die ich da gemacht habe bei diesem Dreh, die haben mir ein bisschen zu denken gegeben. Und eben auch über diese Diskussion, sollte man diese Frauen wieder zurück nach Deutschland holen. Und ich versuche es jetzt mal so aufzubauen. Ich verstehe, ich habe ja natürlich auch bei anderen Videos mal darüber geredet und habe da eben auch eure Kommentare hier auf YouTube gelesen. Und ich verstehe, dass viele von euch sagen, um Gottes Willen, nein, die haben sich einer völkermordenden Terrororganisation angeschlossen. Die sollten nie wieder zurück nach Deutschland. Die sind ein Sicherheitsrisiko. Und auf die Punkte möchte ich kurz eingehen. Das mit diesem Anschließen. Hier müssen wir schon anfangen, glaube ich, ein bisschen zu differenzieren. Zwischen den Frauen, die völlig überzeugt zum IS gegangen sind, die gewusst haben, was da passiert und die eben fanatisiert schon waren und runtergegangen sind und die eigentlich genau wussten, was auf sie zukommen würde. Und denen, das ist das andere Extrem, die vielleicht gar nicht so aus eigenen freien Stücken darunter sind, sondern die irgendwie von ihrem, meistens von ihrem Mann mitgenommen wurden. Da habe ich nämlich auch Leute kennengelernt, jetzt bei meiner letzten Syrienreise. Und alles, was dazwischen ist. Also hier, ich plädiere ganz oft dazu, dass man nicht einfache Antworten auf komplizierte Fragen findet, weil hier ist ja schon die Frage kompliziert. Von welcher Art von Frauen, die später beim sogenannten Islamischen Staat waren, sprechen wir hier? Denn dann gibt es eben diese ganze Bandbreite. Und ich glaube, dementsprechend muss man auch individuelle Schuld natürlich irgendwie abfächern. Jemand, der weiß, ja, ich bin Islamistin und ich gehe da hin, weil ein Völkermord an den Jesiden stattfindet, finde ich, ist moralisch und wahrscheinlich auch rechtlich ganz anders zu beurteilen, als jemand, der runtergegangen ist, weil er wirklich irgendwelche Propagandaversprechen geglaubt hat, dass da unten alles gut ist. Meine Meinung zumindest. Und da gibt es natürlich auch Präzedenzfälle. Ein Extremfall war jetzt erst vor kurzem, ich glaube erst letztes Jahr, wo einer deutschen ISIS-Frau, die zurückgekommen ist, der Prozess gemacht wurde, in München, wenn ich mich nicht irre. Und der wurde dann in einem langen Prozess, rechtsstaatlich nachgewiesen, dass sie daran beteiligt war, einem versklavten jesidischen Mädchen, das irgendwie draußen angekettet war, kein Wasser zu geben. Und sie hat sich damit schuldig gemacht, dass dieses Mädchen jämmerlich verdurstet ist. Und die wurde dementsprechend auch verurteilt. Zu zehn Jahren Haft, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist auch wieder etwas, diese Aufarbeitung kam zustande, weil es eben in Deutschland einen aufwendigen rechtsstaatlichen Prozess zu diesem Fall gab. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach dafür sprechen würde, diese Frauen wieder hierher nach Deutschland zu holen, dass sie einen Prozess bekommen, dass man ihre Schuld individuell aufarbeiten kann und dass sie ihre nach deutschem Rechtssystem gerechte Strafe dafür auch bekommen. Weil in den kurdischen Gebieten Syriens ist das nicht der Fall. Das wäre viel zu aufwendig. Das kann die Gesellschaft dort unten gar nicht leisten, solche aufwendigen Prozesse für jede dieser Personen zu machen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich diesem Sicherheitsrisiko hier in Deutschland, aber vor allem auch eben unten in den kurdischen Gebieten. Wenn die zurückkommen würden, ja, und das ist ein Argument dagegen, wäre das ein großes, möglicherweise Sicherheitsrisiko. Es ist unglaublich aufwendig, einen potenziellen Gefährder oder in dem Fall eine potenzielle Gefährderin rund um die Uhr zu überwachen. Das braucht unglaublich viel Beamte, Polizistinnen und Polizisten. Und wenn man da dann sagt, okay, es kommen vielleicht mehrere zurück, vielleicht sogar ein paar Dutzend, dann würde das einen unglaublichen Aufwand bedeuten, der vielleicht gar nicht geleistet werden kann von der deutschen Polizei oder die zumindest die deutsche Polizei sehr unter Druck setzen würde. Das ist ein Argument dagegen, dass sie wiederkommen würden. Aber auf der anderen Seite ist es denn moralisch irgendwie besser, dass man sagt, nö, ist nicht unser Problem, das sind zwei deutsche Staatsbürgerinnen, die zum Teil aber auch mit Wissen der deutschen Behörden ausgereist sind. Also es sind hunderte Deutsche ausgereist über die Türkei und haben sich dem IS angeschlossen. Das kann mir keiner erzählen, dass die deutschen Sicherheitsbehörden bei all denen nicht wussten, wo die hinwollten. Im Gegenteil, ich glaube, das war eine gute Gelegenheit, dass man Gefährder, dass man Islamisten aus Deutschland los wird, dass die hier kein Risiko mehr sind, in der Hoffnung, ja, die sind dann irgendwo im Nahen Osten und werden eventuell vielleicht von einer amerikanischen Bombe mal getroffen, dann sind die nicht mehr unser Problem. Aber viele davon sind halt eben noch am Leben und die sind jetzt in Gefängniscamps, die von den syrischen Kurden betrieben werden, mit großem Aufwand. Das bindet ja auch Mitarbeiter und Aufpasser und auch finanzielle Ressourcen. Und da einfach zu sagen, nö, ist nicht mehr unser Problem, das sollen die Leute vor Ort dann irgendwie gefälligst lösen, die ja eh schon genug Probleme haben, die tausende Tote durch den IS zu beklagen haben und die gerade von Angriffskriegen durch die Türkei belastet sind, von dem Klimawandel, von fehlenden Rohstoffen, vom Ukraine-Krieg, fehlende Lebensmittelversorgung, dass man als reiches Deutschland noch sagt, nö, sollen die sich um unsere Deutschen kümmern, die wir haben ausreisen lassen und die unten Verbrechen begangen haben, ist auch ein bisschen schäbig. Und ja, ich habe keine abschließende Meinung, wo ich jetzt sage, das müsste man unbedingt machen oder das darf man auf gar keinen Fall machen. Aber von der Tendenz her gehe ich eher auch davon aus, man sollte diese Leute zurückholen und ihnen hier einen fairen Prozess machen und sie dann, wenn man ihnen Straftaten nachweisen kann, dementsprechend auch verurteilen. Übrigens noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn diese Personen, also gerade diese IS-Frauen, Kinder haben, dann finde ich es eh nochmal alles ganz anders, weil das sind Kinder, die können nichts dafür. Die sitzen da jetzt unten, zum Teil seit ihr halbes Leben lang in solchen Camps und ich habe diese Camps ja gesehen. Schaut euch die Reportage an, wie das da aussieht, hier auf Crisis. Dann möchte man kein Kind aufwachsen lassen. Definitiv nicht. Das hat keine Perspektive. Das ist die beste Radikalisierungsmaschine für Kinder. Und da diese Kinder nichts dafür können, ist, glaube ich, allein das schon ein großes, großes Argument, dass man diese Kinder zurückholt und dann eben auch die Mütter. Ob man sie jetzt dann irgendwie ihnen was nachweisen kann und sie verurteilt, ist die andere Frage. Aber was, finde ich, auf gar keinen Fall moralisch geht, ist, die Kinder dafür zu besprafen, was ihre Eltern gemacht haben, egal wie schlimm es ist. So, das war jetzt weniger ein Informationsvideo mit vielen knallharten Fakten. Das war mehr so ein kleiner Rant und ich wollte euch einfach mal ein bisschen teilhaben lassen an meinen Gedankengängen, die ich jetzt eben im Nachhinein, nach diesem sehr interessanten Dreh dann hatte. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Was ist eure Meinung? Auch zu meinen Argumenten, die ich gerade angeführt habe. Und wenn ihr diese Reportage sehen wollt, von der ich gerade geredet habe, wie es diesen ISIS-Frauen, den Deutschen heute geht, was da die Situation ist und so weiter, dann schaut auf Crisis, meinem neuen Kanal für Funk. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist auf jeden Fall nicht, was ihr erwarten würdet, wenn es um ISIS-Frauen geht. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und ciao.